Willkommen zu EVIL VEST in unserem RAW Video zum Tutorial vom Spiel, damit ihr einen Einblick in das Spiel bekommt, ob es überhaupt was für euch ist. Wollen wir mal wie ich mich hier anstelle. Wir machen es ein Mal. Was ist das? Stopp whininin! Start movin! Du smell that? Shit! Let's go! Der sieht nicht mehr so frisch aus. Das war's! Let me kill you! Let me kill you! Ah, unser Zauberhandschuh. Fuck. Pauline, you better make all this worth our time, Chester. Please. Gah! No! Let me kill you! Let me kill you, Chester! Chester! Let me kill you. That felt good. Aufwärtshaken. Er konnte fliegen. Er ist ein Wunnen, Kugel. Er hat fast getroffen. Booms. Da kommt dieser. Keiner. Tschüss. Ich habe aber eine hässliche Sonnenband. Ich habe aber eine hässliche Sonnenband. Juhu. 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 Ich brauche jemanden, der sich jetzt hinterher deportiert hat. Hallo, ich mache hier meinen Job. Ja, der Mann mit dem Gewehr. Komm, das machen wir nochmal. Stark! Ah, geht doch. Hey Junge, hast keinen Bock mehr? Oh, der kann fliegen. Komm, ich helfe. Stark! Tschüss! Ich hätte ihm gern noch ein paar Blumen hinterher geworfen. Ach toll. Wenn ich beide hielt, bleibt einfach das Stehen, lächst mich zurück. Das ist das einzige Mal, wo er nicht schweigt. Ja. 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 Au. Man sieht, wer hier der wahre Blutsauger ist, ein wenig. Hmm. Ein guter Blutsch kann mich durch. Road clear. Okay. Okay, let's dance. Now take that. I can smell you, Chas, you lousy skunk. Juhu, Konzert. Oh, I can't do it. Warte. Da brennen ja einem die Augen. Oh, das ist mir nicht sehr nett. Oh, jetzt kommt was Dickes. Bist du hässlich? Ja, ich hätte auch Schmerzen, wenn ich sowas im Gesicht hätte. Na komm, Dickerchen. Oh. 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 Jetzt hast du wieder eine Waffe gefunden, ne? Brauchst du nicht mehr. Ja. Richter Sonnenschussfaktor. We're gonna be needing a guide. Consider it a promotion. Dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting Dubano for three months. What's another few hours? Have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire ya? So, übrigens ab dem Moment kann ein zweiter Mitspieler im Mehrspieler-Modus, im Korb-Modus, zu euch ins Spiel einsteigen. Er muss diesen ersten Teil sozusagen des Tutorials mitgemacht haben, ansonsten kann er nicht einsteigen. Aber in diesem Moment, sobald der Dicke sozusagen aus dem Waggon springt, ist das möglich. Aber dachte mehr in unseren anderen, liebe Quest-Videos. That's the spirit gesture. Now you lift those fancy illusions, and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! I... Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Crawling with familiars. No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure fancy pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Those ass-licking... Tick-blovers should be shot on sight. Ah, what the hell. Maybe we can play with dynamite out here, too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Ah, eat me! Yeah, my winchester will come. Leider muss ich auch jeden enttäuschen, der gerne in Red Dead Redemption for the Hue reitet. Die sind nur zur Deko. That gathering won't find itself, you know? Move it. Gosh. You know, the can is right there in front of you. Oh, shut up. I told you my side's not recovered after the change. Hey, so you're telling me it's not the fools? Das war nicht sichtbar. Ach, Stellen treffen. Tanz, mein Freund, tanz! Family of Calvert. $50. $50. money Ritter, weit! Ja, boom! Ab gehts in die Kanalisation, also in die altertüblichen. Wer Angst vor Spenden hat, kann man im Menü unter dem Anarchiophobie-Button deaktivieren und dann erscheinen sie nicht mehr. Ja, das sieht gut aus. All right. I'll bet my last dime to Bono's here somewhere. Können sie sich mal so schön teleportieren? Okay. On a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little lighting to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Well. I'll be damned. You know what, let's switch. I'll take the explosives, you get to bottom. Is this about the bridge? It's not, not about the bridge. Gutenberg! Oh, da kommen ja so viele von euch. Da kommt man her. Moment, Moment, wir haben Kugeln für jeden da, wir haben nicht unendlich Kugeln, aber Nachladen muss erledigt werden, aber das passiert auch automatisch. Gut, na? Wieder gibt es den Colt auch mit zielsuchenden Patronen. Das ist viel lustiger. Also, wenn ihr das möchtet, könnt ihr das in eurem Fertigkeitsform freischalten. Ihr könnt euch dann austoben und ja, wir nehmen das. Was? Oh ja! Ja. Hier haben wir interessanten Innenarchitekten. Hier sind wir. Das war's für heute. 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 Wow, von hinten. Hm, gemein. Das war's für heute. Nicht mal in Ruhe ziehen. Die lassen sie ein. Oh, oh. Das ist mal genug großartig. Das war's für heute. Also, vielleicht falls nicht gesehen, hinter mir ist auch noch eine Anzeige. Das war die eurer Waffen. Im Moment die des Gewehrs, weil die Pistole ist immer auf E. Aber auch dazu mehr im How-To zu Evil West auf dem Exocon-Channel-Pop-Kanal. Das war's für heute. 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 Unserer, Dieser Moment. Das war's für heute. Der Gewehr, diese sind ziemlich stattfinden. Und zwar meine Methoden, in- Verr瑞's mit unserer Tradition. Ich kann euch sagen, dass ich eine Sache nicht damit erkläre. Wenn wir nicht aufsuchen, werden wir. Lão'd. Enough. Oh, du musst doch raus. Oh, du musst doch raus. Das ist aber eine hässliche Visage. Komm, die poliere ich dir um. Das ist gratis. Oh, der hat mich lieb. Sag doch gleich, dass das nicht schweig ist. Er hat mich getutet. Ich glaub's ja nicht. Haben wir's unerwartet? Oh, jetzt aber genug hat Spaß. Ich spiel ja nicht umsonst den Purzelbaum Simulator. Ich spiel ja nicht umsonst den Purzelbaum. Ich spiel ja nicht umsonst den Purzelbaum. Ich muss ihn immer regelmäßig unterbrechen. Aber wer in der Luft ist, ansonsten ist der kleine Flücher. Und die nerven ein bisschen. Ich spiel ja nicht so. Aua, Aua. Kann ich nicht auf die Mütze holen. Meistens, der Munizur hat sich nicht mehr gemacht. Na komm, lass uns das mal jetzt beenden hier. Ich gucke nach Hause, wo ich dich gleich hinschicke. Ich muss auch nicht essen. Ich bin so gnädig. Hat jemand die Tür gesehen? Du nenne ich auch mein Brotmesser. Was ist Chester? Ja, das soll es auch gewesen sein für unser Tutorial plus ein bisschen Anfang. Den Rest schaltet ihr peu a peu die anderen Waffen mit der Zeit frei für mehr Infos und Material zum Gucken. Auch zum Koop oder wie das Spiel allgemein sich spielt. Steuerung, Tastatur. Schaut euch die anderen Videos an, wenn ihr mögt. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann liken, subscriben und bis zum nächsten Mal. Euer Exochron. Nein, nochmal. Gärtchen lassen sich nicht reiten. Die sind nur Deko im Wilden Westen. Gärtchen ihn gut. Wir haben viel Platz für heute Abend. Du bist nicht für die Präsentation? Der ganze Institut ist in der Stadt. Ja, ich werde es mit dem Körpersen-Bak-Pattungs-Sessionen. Ich brauche noch ein anderes Lektor. Hier. Geh das zu deinem Vater. Bevor er sich auf und beginnt zu kursen uns auf die Höhe. Great. Also, ich werde ihn nur sagen, dass du mit den Vampiren zu verraten? Tell ihn, was du möchtest. Okay. Es geht um die Präsentation. Aber du bist nicht mit meiner Nachmittag. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020